Und was holt's schon wieder? Was hast du nicht verknut und verböt? Was hast du nicht erkannt? Oder was holt's, Allegra? Hm? Du bist unser Oberdepp da in den Haushalt. Ja, Allegra ist ein eigenes Kapitel, wenn man sieht. Komm her, Allegra, Allegra. Und Bob, dein schwafes Weg. Komm her, Schatz. Allegra, Allegra. Na komm rein, Schatzi. Komm, Allegra. Na komm wieder zu uns. Komm, Schatz, alle sind da. Allegra. Ja, fein. Ja, was war denn los? So, Schwanzi geht schon wieder raus. Super. Na komm her. Allegra, Allegra. Na komm her. Allegra ist bei uns die unsicherste Hündin. Knut und Bötz sehr viel. Ja, hat man die lustigen Momente und da ist das völlig normal. Und dann auf nichts knutzt, Bötz, keiner weiß warum. Und dann hat sie sich nicht mehr geschaut abgreifen lassen. Außer wenn sie da oben sitzen, ist schon wieder kein Problem. Gell? Alles wieder in Ordnung? Ja. Ist schon wieder in Ordnung? Hm? Ja. Gell? Was weiß man? Was da los ist mit dir im Kopf, gell? Ja. Immer wieder hat sie Angst. Und da knutzt und Bötz. Ja. Dabei ist sie so schmusig, gell? Gibt's dir ein Busse, die Allegra? Hm? Das ist unser hysterische. Auf die Zahnkäft. Hm? Die war wieder gut? Na schau. Ja, Prinzessin. Was ist das für ein Gesicht, die man sagt? Du schlägst mir die Knie schon mal. Auch nicht schlecht. So. Du schlägst mir die Knie schon mal. 5. 6. 7.